Ist dir schon einmal aufgefallen, wie unterschiedlich Fliegen aussehen, selbst wenn sie der gleichen Art angehören? Es gibt sie in allen möglichen Farben und Größen. Ja, selbst die Augenfarbe variiert von Zeit zu Zeit. Und jetzt stell dir mal eine Fliege ohne Flügel vor. Was passiert mit ihr? Richtig, sie wird gefressen oder zertreten. Dennoch gibt es in der Natur Fliegen, die gar nicht fliegen können. Glaubst du nicht? Dann empfehle ich dir einen Ausflug zu den Kergoeleninseln in der Nähe des Südpols. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie sich dort flugunfähige Fliegen entwickeln konnten. Damit du alles verstehen kannst. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come.